Hier gibt es ein Fenster, eine Fensteröffnung, auch mit Schnitt und da wird ein Sonnenschutz-Smart-Part eingebaut. Rohbau aus der Architektur ist da und da gibt es die Werkzeuge für die Fenster-Smart-Parts, aber wir brauchen das Flyout darunter für die Sonnenschutz-Smart-Parts. In der Auswahl hier oben sollte noch die Jalousie ausgewählt werden und dann wird die eingebaut, so dass man auf der Außenseite des Fensters steht, die Pfeil zeigt nach außen, ohne Doppeldreieck für interne Spiegelung und nach rechts steht man, klick. Dann wird das Ding eingebaut und vielleicht erst einmal gleich mal geschlossen, damit man sieht, was grundsätzlich ankommt. Auf der Außenseite der Wand, escape. Doppelklick, linke Maustaste drauf, erster Schritt, Bezugselement vielleicht ans Fenster anpassen, zweiter Schritt, Querschnitt rechteckig. Lassen wir mal die Vorschlagswerte drinstehen, schließen, kommt das raus. Gut, Doppelklick, gleich wieder drauf. Doppelklick, linke Maustaste, vielleicht so 70% geöffnet, dass man die Lamellen besser sieht, die man weiter unten im Elemente-Menü hier steuern kann. Passt, schließen, nett. Doppelklick wieder drauf. Dann könnte man vielleicht noch solche Geschichten wie ganz unten im Elemente-Karteireiter machen. Abstand zur Öffnung, links, rechts, oben, unten. Ich gebe mal oben bei minus 6 cm ein. Warum? Positiver Wert geht in die Öffnung rein. Ein negativer Wert geht aus der Öffnung raus in dem Fall. So, dann liegt das Ding ungefähr hier. Jetzt wird es langsam interessant. Dann kann man jetzt nochmal Doppelklick, linke Maustaste-mäßig angehen. Vielleicht noch hier vorne eine Dämmung auf der Stirnseite drauf packen. Die Dämmung auf der Stirnseite ist Dämmung außen. Wird hier wahrscheinlich mit 0,04 benötigt. Schließen. Dann ist hier ein kleines extra Dämmungselement mit außen dran gepackt worden. Jetzt passt von der Hauptöffnung die Wärmedämmung oben nicht. Und der Fensterrahmen taugt auch noch nichts. Das müssen wir noch ändern. Näher rangehen im Schnitt. Und Messenstrecke von hier nach hier. Halt. Richtig messen. Sind 6 cm mehr oder weniger. Wenn man da gescheit nachguckt. Dann kann man die Dämmungssachen selber ändern. Aber die kommen aus der Fensteröffnung. Doppelklick, linke Maustaste auf die Fensteröffnung. Anschlagskartei-Reiter. Dieses Versatzwerkzeug nehmen. Oder gleich die Versätze für unterschiedliche Schichten. Für die Dämmungsschicht. Versatz oben. Uff. In die Dämmung rein. Entsprechend weiter raus. Dann werden wir wahrscheinlich die 6 cm brauchen. Versatz oben. Halt. Hinter dem wie das Werkzeug orientiert ist. Die 6 cm brauche ich so. Eingeben. Okay. Dann sieht man, wie sich der Dämmungsversatz im Schnitt anpasst. Die andere Dämmung kommt aus dem Smartpart heraus. Wunderbar. Das passt. Vielleicht muss der Fensterrahmen hier noch ein bisschen aufgedoppelt werden. Messen. Strecke von Ecke. Ecke sind hoch. Bloß 1 cm. Gut. Den Fensterrahmen werde ich wohl 2 cm oben aufdoppeln. Doppelklick, linke Maustaste auf das Fenster-Smartpart selber. Um bei Elemente am Fensterrahmen mit der Aufdäpplung bei der Breite oben hier anzugehen. Aus 7 cm mache ich 9 cm. Eingeben. Enter. Okay. Schließen. Dann passt sich das im Schnitt an. Und dann ist das eigentlich auch soweit angepasst. Ja, so könnte man Sonnenschutz Smartpart hier als Jalousie dreidimensional in so ein Ding einbauen. Also sagen Sie, ich glaube noch mal so geschüttet. Und dann, wenn manаша klickt kann, lassen sich das Ding!